Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner Christmas Haustour. Ja, dieses Jahr zeige ich euch unser Esszimmer, wie wir das weihnachtlich geschmückt haben, sowie die Küche und den Flur, denn das sind diese Zimmer, die am weihnachtlichsten sind und ich dachte mir, ich zeige es euch und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzen und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020